So, das habe ich schon mal gemacht und da ist Dreck. Nice, ich baue in eine richtig fette Falle. Hoffentlich werde ich nicht weggeteleportet. Schnell, wenn er reinrennt. Natürlich nur, wenn er reinrennt. Im Falle des Falles. Da komme ich nicht ran. So, so, falls er reinrennt. Oh shit, das wird Misty. Das wird Misty für ihn. Ich bleibe einfach stehen. Ich bleibe einfach stehen und warte. Oh Gott. 20 Blöcke entfernt. 17, 18, 19, über mir, über mir, über mir. Uh, 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 ei, 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 ei. Lass mich mal porten hier bitte. Jetzt porte. Er kommt zu mir. Ich will doch diese Falle irgendwie. Scheiße. Er rennt weg, yes. Und damit willkommen zurück zu den Endergames. Ich bin heute alleine und spiele mit dem Assassinen-Kit. Und das geht auch direkt gleich los. Nee, in 10 Sekunden. Ich bin ein bisschen zu hektisch. Jetzt, was? Mein Ziel ist es, mindestens zwei Leute umzubringen. Also, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist überhaupt nichts drin. Irgendwo ist... Uh, ja. Nice. Knochen. Ich brauche Knochen. Jeder weiß, dass ich Knochen brauche. Um zu überleben und generell meine Muskulatur irgendwie in Gang zu bringen. Denn ohne Knochen, wie soll das funktionieren hier mit dem Körper? Weißt du, wie ich meine? Das geht ja sonst nicht. So. Auf geht's. Ey, verpiss dich von meinem Baum, Junge. Du Spasti! Na gut. Nehme ich den nächsten. Ah, ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil ich habe vorhin schon versucht, vier Runden aufzunehmen. Ähm, es... Also, ich habe schon viermal versucht, was aufzunehmen. So kann ich das sagen. Und es war jedes Mal ein Traum. Jedes Mal ein Traum war das. Wo sind denn jetzt hier die Kisten? Wo sind hier die Kisten? Ich habe ein Schwert. Das ist klar. Ein Schwert habe ich auf jeden Fall. Hier sind ganz viele Leute, die noch ihr Holz einsammeln. Aber Kisten gibt es hier nicht. Was? Ich musste hinten mal hin. Der Assassine macht sich auf den Weg. Übers Wasser. Und über das Laub und über das Gestripp. Und ich, ähm... Bin viel zu aufgebracht für so eine Aufnahme jetzt. Das ist einfach nur furchtbar. Ich will das ja gar nicht. Ich will das ja gar nicht. Okay. Ah, gut zu wissen, dass ich nach unten gefallen bin jetzt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße gelaufen, weißt? Ein bisschen scheiße gelaufen. Oh Mann, oh. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Gar nicht, oder? Kann ich mich irgendwie rausbauen? Sollte ich vielleicht mal eine Spitzhacke bauen? Kann ich... Kann ich Steine abbauen mit meiner Hand? Geht das? Mal sehen. Ich bin auf jeden Fall unten in der Schlucht gefangen. Das ist kein Spaß. Ich kriege da nichts raus. Ich habe ein Problem. Hallo? Hallo? Nice. Okay, gut. Ich habe auf jeden Fall eingetötet. Mein erstes Ziel ist schon mal erfüllt. Wir haben sogar ein bisschen... Nice, danke schön. Du rettest mir mein Ass. Du rettest mir mein Ass. Und du hast sogar vier... Oh, nice. Nice. Äh... Was tue ich hier? So, so, so. Äh, wir brauchen dringend ein Eisenschwert. So, wir warten einfach auf den Teleport und gut ist. Teleport incoming. Hoffentlich, bald. So, ich habe ein Eisenschwert. Ich habe ein Eisenschwert. Und da oben ist jemand, der mich haben will. Ich brauche schnell was zu essen. Okay, Diamanten. Was erzähle ich denn? Ähm... Beziehungsweise, was soll ich denn damit? Ich muss weg. Ich muss hier weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Hier ist Action im Gelände. Diese Action kann ich nicht gutheißen. Die will ich gar nicht. Ich brauche dringend was zu essen. Und ich habe drei Diamanten, Junge. Was denn da los? Ich will dich doch gar nicht. Ah, ich seh dich. Ich seh dich. Ich will dich. Ich will dich. Vielleicht denkt er, oh, der hat mich gar nicht gesehen. Aber dann sage ich, ich bin Assassine. Ich bin Assassine. Ich bin Assassino und ich komme von hinten oder von oben. Das ist ein Ungeheuer, oder was? Was macht denn der? Ich muss dringend mal jetzt so ein Schwert bauen. Warte, warte, warte. Äh, zack, zack, zack. Okay, nice. Weg damit. Schnell. Okay, wie sieht es aus? Wie sieht es aus? 40 Blöcke. Ich habe eine Potato auf jeden Fall. Eine Potato ist nett. Vielleicht mal reinziehen. Komme ich jetzt hier raus? Irgendwie. Ich habe einen Apfel. Nice. Im Wasser komme ich hier raus. Einen Kill habe ich. Ich brauche noch einen zweiten. Dann bin ich zufrieden. Dann bin ich... Erst dann bin ich zufrieden. Ich hätte den Typen da hinten holen sollen. Was? Der war völlig hilflos und alleine und angsterfüllt. Und, äh, so. Ne, ist ganz klar. So, da vorne ist einer. Uh, uh. Was mache ich denn hier? Warte mal, den Schaf haue ich mal um. Den Schaf habe ich umgehauen. So. Da oben, da hinten. Oh Gott. Easy. Ne, Free Shy. Was ist das denn für ein Name? Okay, gut gemacht. Du hast jemanden umgebracht. Äh, ein goldener Apfel. Geil, geil, geil. Weg, 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 weg. Oh, scheiße. Hier ist die Border. Ich muss dich von hinten treffen. Was? Wieso? Wieso? Es war super knapp. Ich hätte ihn gehabt, ganz ehrlich. Wer war denn das überhaupt? Ich gucke jetzt nach Leuten, die total low health sind. Das gibt's doch nicht. Ich fasse es nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Mir auch völlig egal. Ich habe meine zwei Kills nicht geholt. Deswegen müssen wir jetzt noch eine Runde machen. Also, ähm, und da sind wir auch schon wieder in der zweiten Runde. Na, was geht ab? Ich freue mich. Ich bin wieder mal Assassine und ich bin bereit, den zweiten Kill zu holen. Mehr will ich nicht. Bei mir ging es nie ums Gewinn. Das sollte man wissen. Es ging nie ums Gewinn. Es geht immer nur darum, Spaß zu haben und, ähm, mit dem Schwert. Oh Gott, was denn? Was denn los? Oh ja, geil. Gut, 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 gut. Ich habe mich nicht beschwert. Alles gut. Wir haben fünf Eisen. Fünf Eisen sind besser als null Eisen. Ich brauche dringend Holz. Gib es mir, gib es mir, gib es mir. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Jetzt. Hm, 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 dä, 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 dä. Ich habe gerade diesen Ohrwurm. Ich weiß gar nicht warum. So, dann packen wir das mal kurz hier hin. Ich, äh, werde mal sehen, ob das diesmal was wird. Wir haben noch drei Eisen über. Das heißt, es könnte spannend werden. Spannend und spaßig. Wir gehen in die Wüste, denn da gibt's Kisten. Beziehungsweise in die Eislandschaft. Oh, da ist doch schon jemand am rumhacken, Mann. Am rumhacken ist er. Da ist eine Kiste, die ist bestimmt schon leer. Ich bin mir sicher, da hinten ist ein Verzauberungstisch. Ein Verzau... Oh, der ist noch voll. Also die Kiste ist noch voll. Ich habe vier. Kann ich mir ein paar Schuhe bauen? Besser als nix, was? Besser als nix? Weg damit. 20 Sekunden to go. Noch eine Kiste da hinten. Let's go! Ich bin Assassine. Oh, warte. Drei Level und ein Verzauberungstisch. Warte, warte, warte. Ein Diamant. Okay, let's go. Jetzt muss ich doch hin. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche diesen Speed-Buff. Ich brauche diesen Speed-Buff. Okay, nice. Okay, niemand ist hinter mir, aber vor mir sind zwei. Oh Gott, die teamen doch. Die teamen doch. Ich will sowas nicht. Ich will sowas nicht. Ein Tier ist der Border. Scheiße. Ich brauche noch einen Kill, Mann. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Habe ich was zu essen? Warte, warte, warte. Kartoffeln und noch mehr. Warte, 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 warte. Wuhu. Jemand schießt auf mich. Jemand schießt auf mich. Der schießt auf mich, aber der rennt gegen die Border. Der hat, glaube ich, keinen Plan von dem, was er macht. Schnell mal eine Kartoffelnaschen. Okay, das ist natürlich eine super Position jetzt für mich. Unter Tage unterwegs komme ich jetzt wieder hoch hier. Das hoffe ich nämlich, denn wenn nicht... Heilewitzker. Wir schwimmen langsam nach oben. Langsam, aber sicher. Wer hat denn das hier gemacht? Ganz ehrlich, ich will hier nicht sein. Ist jemand? Achso, warte mal, da ist der Tracker. 50 Blöcke hinter mir. Und da vorne ist auch jemand. Ich sehe es doch. Wir haben... Fünf... Okay. Fünf Gold. Daraus könnten wir uns natürlich eine Kappe bauen. Das werde ich natürlich so gleich mal machen. Ein Kill, wie gesagt, ein Kill. Ich hätte das früher machen sollen. Weißt du, ein Kill früher holen? Das wäre viel angenehmer gewesen, als jetzt hier einen Kill zu holen, denn... Ganz ehrlich, die sind doch bestimmt alle schon equippt jetzt. Ja, was soll denn das? Scheiße. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ihr habt keine Ahnung, sage ich. Ihr habt keine Ahnung. So, so, so. Ich habe... Hm, hm, hm. Ha. Ich brauche dringend... Warte mal, ich habe... Nix. Puh. Ich warte auf den Teleport. Ich warte einfach auf den Teleport, tut es. Why not, man? Why not? Irgendwer wird dann hier stehen und dann richtig angepisst sein. Unterdessen werde ich mich jetzt hier verkriechen, ein schönes Leben haben und hoffen, dass ich alswalt zum nächsten geportet werde und ihn dann richtig schön von hinten weghacken kann. Das wäre geil. Ich habe nämlich ein Eisenschwert und ich habe ein paar Sachen, die nichts bringen. Das ist klasse. Fünf... Was? Noch fünf Spieler am Leben? Mann! Mann, ich bin voll der Camper. Oh, geil. Danke. Geil. Geil, geil. Okay. Junge. Wir haben das und das ausgezeichnet. Wir haben sogar Enderperlen, also besser geht's nicht. So, und wir haben einen Diamanten, Milch, noch mehr Gold und Stuff. Und da noch ein paar Potions. Was machen die? Sind das Seal Potions? Ich will die stacken. Ich will die stacken. Ein Diamantschwert. Na klar. Na klar, warum nicht? Na klar, einfach nur. Jetzt brauchen wir einen Verzauberungstisch. Und noch mehr. EP? Gut, gut, gut. Wie kommen wir jetzt hier raus? Wie kommen wir jetzt hier raus, Mann? Hier, einfach durchs Wasser. Einfach durchs Wasser. 94 Blöcke away. 94 Blöcke away. Ich... Hab ein bisschen Angst. Hier kommen wir gar nicht hoch. Fällt mir grad auf. Oh, Mann. Oh, hier ist Lava. Hier könnten wir vielleicht hochkommen. Oder könnten wir hochkommen? Ich weiß es nicht. Nein, irgendwie nicht. Och, ich weiß ja nicht. Komm, wir gucken mal. Irgendwie muss das ja gehen. Auch vier Leute am Leben. Vier Leute am Leben. Das geheimnisvolle Spiel ist geheimnisvoll... Mann, jetzt komm. So, dann können wir jetzt hier drauf gehen. Und dann sind wir fast schon... Okay, nice. Wow, da ist der zweite Kill für heute. Ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Mehr will ich gar nicht. Let's go home. Ich verbrenne das mal, weil ich weiß nicht... Oh, scheiße, der hat ja Diamantschuhe. Äh, 60 Blöcke. Okay, warte, warte, warte. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Wo sind denn die Diamantschuhe? Da sind sie. Okay, nice. Ähm, ja. Das ist da zu, ne? Das ist da zu. Ähm, da ist noch eine Kiste. Scheiß doch drauf. Ich... Oh, da hinten ist einer. Ich hab ihn genau gesehen. 70 Blöcke away. Ich hab nämlich eine 70 Blöcke Sicht. Das ist ganz klar. Ah, warte mal. Es sind noch drei Gamer am Leben. Drei Gamer. Einfach nur drei Gamer. Oh, es sind noch mehr Sachen. Eisenhose? Eisenhose. Ähm, weg, 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 weg. Eisenhose. Weg. Okay, nice. Äh, der nächste ist hier daneben an irgendwo. Aber gab es nicht noch auch ne... ne Haube, die gut ist? Ne gute Haube? Eisenbrust, Eisenbrust, Goldhaube. Goldhaube! Ich weiß ja nicht. So, 55. Jetzt bin ich schon wieder hier unten. Mann, das geht hin und her. Ich will hier nicht sein. Das ist doch kacke. Ich... Ich wage schon mal. Und ich will das einfach nicht. Wir haben vier Blöcke... Holz. Vier Holzblöcke. Pass auf, wir schmeißen das jetzt mal. Alles, was ich nicht brauche, schmeiß ich jetzt hier unten rein. 119. 119, okay. Weg, weg. Äh, das behalte ich mal, weil das soll niemand kriegen. Das kann niemand kriegen, das kann niemand kriegen. Das kommt weg, das kommt weg. Äh, die Pfeile behalte ich auch mal weg. Ähm... Oh nein, die Äpfel wollte ich behalten. Shit. Na gut, ähm... Haben wir auch ein verzaubertes Schwert? Ich hab gar nicht geguckt, ob die verzaubert waren, was? Ich hab die jetzt einfach nur irgendwie... Weggeschmissen. Und die liegen jetzt alle da auf dem Haufen. Und alle haben auf einmal Diamantschwerter. Und alles ist furchtbar, alles ist furchtbar. Aber gut, wir haben 5 Diamanten. Warte mal. Oh, gut, wir haben 5 Diamanten. Holy shit! Okay. Okay. Nice. Okay, mach ich jetzt genauso. Einfach hier stehen bleiben. 57 Blöcke in diese Richtung. Ich bleib einfach hier stehen. So, so, so. Der wird jetzt einfach weiter rennen. Äh... Oh, jetzt brauche ich einen neuen Crafting Table. So. So, so, so. So, so. Und dann baue ich mir mal schnell einen Kopf. Zurecht. So. Ist halt doof, dass alle irgendwie im Untergrund stehen, was? Mal sehen, ob jemand in die Lava fällt. Das wäre ja witzig. Achso, warte, warte, warte. Ich bereite das noch ein bisschen. Ach, kann ich ja nicht. Ich brauche dringend eine Spitzhacke oder sowas. Denn wenn ich eine hätte, könnte es sein, dass ich alles zubaue. Dann kommen sie nicht mehr raus. Das wär's. Warte mal, ist das Gravel? Nice. Okay, besser als nix. Besser als nix. Pass auf. Das wird fies. So. Das habe ich schon mal gemacht. Und da ist Dreck. Nice. Ich baue in eine richtig fette Falle. Hoffentlich werde ich nicht weggeteleportet. Schnell. Wenn er reinrennt. Natürlich nur, wenn er reinrennt. Im Falle des Falles. Da komme ich nicht ran. So, so. Falls er reinrennt. Oh, shit. Das wird mistig. Das wird mistig für ihn. Ich bleibe einfach stehen. Ich bleibe einfach stehen und warte. Oh, Gott. 20 Blöcke entfernt. 17, 18, 19. Über mir, über mir, über mir. Uh, uh, uh. Ei, 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 ei. Lass mich mal porten hier, bitte. Jetzt porte. Er kommt zu mir. Ich will doch diese Falle irgendwie. Scheiße. Er rennt weg. Der Assassino wird austeilen. Der Assassino wird austeilen. Der Assassino teilt aus. Und das war's. Na gut. Gut zu wissen, der Assassino. Ich bin wieder voll. Jetzt habe ich sogar schon drei Kills geholt. Äh, insgesamt. Ob wir jetzt nochmal tauschen die Position oder ob das es jetzt war. Ich weiß es gar nicht genau. Wie komme ich jetzt hier raus? Hat er Blöcke gehabt? Er hatte einen Block. Das ist in Ordnung. Hat er ein gutes Schwert gehabt? Alles ist irgendwie so ein bisschen, naja, in Ordnung. Wird man jetzt nochmal teleportiert oder nicht? Das ist die Frage. Ein Diamanthelm? Eisen, 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 Diamant, Diamant, Diamant. Ja, ich hätte stehen bleiben sollen. Scheiße. Na gut. Na gut, dann machen wir das jetzt so. Machen wir das halt so. Ich versuche ihn einfach so jetzt niederzuhauen. Es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren. Ender Games. Ender Games. Och, scheiße, wenn ich da jetzt am Rand gestanden hätte, ne? Ich wusste es nicht. Ich dachte bei zwei Spielern, okay, das wird nicht mehr getauscht. Das passt schon. So. 90. 80. Ich komme immer näher. Ich komme immer näher. Aber gut, wie ich den geohnt habe, was? Da habe ich ihn gut geohnt. So. 20 Kompasse. Da unten ist er. 45. Wie komme ich denn jetzt hin? Ich muss hier auf jeden Fall runter, irgendwie. Oh. Oh Gott. Call me, Mr. Raider. Call me. Ey. Bist du das? Ja, da ist er. Hallo. Wie mache ich das jetzt? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Jetzt stehen wir hier und warten einfach mal stundenlang. Na gut. Gibt es noch einen anderen Zugang? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Och, jetzt sind wir. Kommst du jetzt runter? Boy, kommst du. Es ist so blöd. Es ist so blöd, Mann. Warte mal. Ich komme dir mal ein bisschen entgegen. Damit er... Los, komm. Komm. Come on. Come on. Come on, Boy. Kommt er? Los, wirf eine Enderperle oder sowas. Meinst du, ich kann da hochwerfen? Ich weiß es nicht genau. Okay. Da ist ein Verzaubertisch. Perfekt. Sharpness und Knockback. Nö, der ruht mich einfach weg. Okay, ich habe ihn. Old Toy. Geil. Supi-Dupi. Ich habe gewonnen. Das war eine super geile Aktion. Assassin-Kids. O-O-P. Keine Ahnung, was auch immer. Wenn es dir gefallen hat, lass doch eine Bewertung da. Und wenn nicht, dann... Wow, weiß ich auch nicht. Es war einfach nur super. Ich habe drei Kills in einer Runde gemacht. Und eine in der letzten. Also vier Kills. Ne? Offensichtlich geil. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Puff. Tschüssi.